waren es zunächst eigentlich nur 9.000 Pfund, denn ein Bündel mit 1.000 Pfund hielt Mrs. Cratchit noch in ihren Händen. Als Holmes dies bemerkte, sagte er, »Wir wollen Mr. Marley doch zumindest einen Teil seines Eigentums zurückgeben.« Dann nahm er das Bündel aus der Hand, zog einen 10-Pfund-Schein heraus und reichte den Rest zurück an Mrs. Cratchit mit den Worten, »Das wird genügen. Und nun, Mrs. Cratchit, empfehle ich Ihnen, den Hinterausgang zu nehmen. Fröhliche Weihnachten!« Marley hatte einstweilen unten auf der Straße vergeblich versucht, die Menge vom Einsammeln seiner Geldscheine abzubringen. Als wir ihm die 10-Pfund-Note als einziges Ergebnis unserer Bemühungen überreichten, stand ihm die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. »Und der Täter? Was ist aus ihm geworden?«, fragte er. »Tut mir leid, Mr. Marley,« erklärte Holmes. »Der Kerl ist uns bedauerlicherweise in der Turmstube entwischt. Aber wir können Scotland Yard nun mit einer präzisen Beschreibung versorgen. Ein etwas älterer Mann, einigermaßen übergewichtig, weiße Haare und langer Bart, rotes Gewand, mit weißem Fell besetzt. Und er hatte einen skandinavischen Akzent. Ich bin mir sicher, die Polizei wird schon bald seine Habhaft werden. Schließlich ist er ja kein echter Geist.« Sechs Tage später, am vierten Adventssonntag, brachte ein Bote einen Brief von Mr. und Mrs. Cratchit. Sie bedankten sich für alles und entschuldigten sich für die Unannehmlichkeiten. Außerdem klärten sie den Verbleib der beiden Hunde auf. Mrs. Cratchit hatte sie zu ihrem irischen Onkel auf dessen Bauernhof geschickt, »Denn so große Hunde wie deutsche Doggen gehören nun mal nicht in die Stadt.« »Dieser gesamte Fall«, meinte ich zu Holmes, »wird ein bedauerlicher Makel in ihrer einwandfreien Statistik bleiben. Täter, Geld und Hunde sind weg. Selten hatten wir eine derart schlechte Presse und öffentliche Nachrede. »Wollen Sie denn wirklich eine Statistik gegen menschliche Schicksale abwägen?«, fragte Holmes. »Das ist doch sonst nicht unbedingt Ihre Art.« »Ich weiß«, bestätigte ich, »meine nicht, aber Ihre bei allem Respekt.« »Mein lieber Watson«, begann Holmes mit sichtlichem Vergnügen. »Ein kluger Mann«, sagte kürzlich in meinem Beisein, »dass jede Menschenseele auf dieser Welt eine Verpflichtung hätte. Meine Verpflichtung mag die Aufklärung von Kriminalfällen sein, aber niemand kann mich verpflichten, die Ergebnisse meiner Ermittlungen mit allen zu teilen.« »Ich verstehe«, antwortete ich. »Und ein guter Freund von mir meinte vor kurzem, im Rahmen von kriminalistischen Ermittlungen sei immer genügend Raum für persönliche Moral. Es freut mich, dass wir dies umgehend in der Praxis umsetzen und verifizieren konnten.« »Also dann«, meinte Holmes und schenkte uns beiden ein Glas Cognac ein. »Dann sind wir uns ja einig. Auf ein friedliches Weihnachtsfest mögen wir in den nächsten Tagen arbeitslos sein.« »Nehmen Sie es mir nicht übel, Holmes«, entgegnete ich und erhob mein Glas. »Aber mögen wir zwölf Monate lang arbeitslos bleiben. Auf ein glückliches, neues Jahr!«